schon hat es heute angebrochen, das reicht dann auch schon wieder. Irgendwas für einen braunen Dye, Hexa-Bioms, ne ja, geht das hier nicht. Sturm. Sturm. Ah, ich habe Kohle gefunden. Ah, es hakt. Dann muss ich noch den Sand machen mit. Dann sollte ich langsam wieder zurückgehen, es ist heute dunkel, ich habe keinerlei Fackel dabei. Den Bäckchen habe ich auch nicht dabei, gar nicht gut. Ja, hier ist unser Zuhause, da gehe ich jetzt hin. Hand an der Waffe. Oh Gott, Blutsch, Wasser gefallen. Die Katze ist gut, bleibt locker. Wollen wir schlafen? Na. So, bin da. Da muss ich hin. Also weiße Fensterscheiben jetzt, ja, oder was? Heiße Fensterscheiben. Ganz normal, klar weiß, ja. Da kommt hier rein. Sand zum Brennen. Geh mit rein. Das muss ich auch mal ein Upgrade machen. Ich habe den Rest anzünden gelassen. Ich habe nur ein Bild. Hä? Ich habe nur ein Sand gehabt. Hä? Habe ich nur einen Sand mitgenommen? Bin ich jetzt blöd? Das gibt es ja wohl gar nicht. Nur einen Sand. Ich habe nur einen Sand. Ja, geht doch. Ich habe nur einen Sand mitgenommen. Ich habe nur einen Sand. Wie bauen wir das jetzt überhaupt? So, wir machen das Ganze. So. 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 das kommt mir dann vor. Oh, was ist es tarde? dann kann man dann kann man dann so aber irgendwie umgebaut ich habe ja nicht so sonst weg 64 hier so 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 recht abstand nicht gehen wir hier weg und bis dahin wird gehen hier aber material drauf alte scheiße zu haus 64 eichnolzschämme sind da gar nix schwupp sind sie weg so dann machen wir wieder zwischenbalken rein was hältst davon Oh, reicht nicht mehr. Und hüpft. Und hüpft. Und hüpft. Kann man nur ein Lesserquartz auf das Pride-Shirt packen? Nee, da kannst du das Deck machen. Eins bringt nicht viel. Eins ist ein Trupp auf einem hohen Stein. Toll, super. Toll wie jetzt ein blödes System. Wieso muss ich das noch machen? Brauchst du noch eigene CD? Ja, ne? Ja, brauche ich noch, ja. Die du bisher produziert hast, die ich mit mir habe? Ja. Die machen wir jetzt zwischendecken. Auch mit Eichenholz? Ja, klar. Ja, ist ja gut. Na, vielleicht hier langsam. Sieht ja schon ganz gut aus. Ein paar versenkte Ziegel. Nö, habe ich gar nicht mehr. Aber ein Amboss kann ich nicht setzen. Den kann ich mal hinpacken hier hinten. Hau ich jetzt mal hin. Hau ich jetzt mal hin hier so. Long als gemacht. Sehr, sehr schön. Äh, brauchen wir mal schlafen hier? So, bitte Bettchen. Oh, da können wir noch lange bauen, weißt du das? Freut mich wieder, ne? So, dann gehen wir nochmal. Gehen wir nochmal hier rein. Das kann er mit Ruhe, wird unten einsortiert und das auch. Das eigentlich auch. Habe ich gar keine Treppe mehr, na gut. Okay. Dann muss ich jetzt mal gucken. Das wächst hier oben für ein Zeug. Nichts weltbewegen jetzt, ne? Kleine Bäumchen nur. Nichts, was man gebrauchen könnte. Hier hinten gibt es dann dunklen Wald. Da sieht es auch schön aus. Dann gehe ich zu meinen Eichen, die ich hinten gepflanzt habe. Dann haue ich hier erstmal wieder um. So. Dann haue ich eine Birke. Dann haue ich auch gleich wieder mit um. Das ist ja gut, Pizzekatze. Das ist ja gut, Pizzekatze. So. Dann gibt es ganz viele Höhlen-Systeme, das ist sehr gut. Und da ist Kohle. Ich habe Kohle gefunden. Dann noch mehr Kohle. 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 Dann gibt es jetzt ins Lager die Kohle. Weil die Kohle ganz wichtig. Großer, dunkler, düsterer Wald. Okay. So. 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 Vielen Dank. holz gesammelt hier 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 Ich brauche den Ziegel da noch reinsetzen, dann passt das. Ja, es wird hier leidsam. Schwarzeichenholz habe ich. Jetzt kommen wir mal da hin. Das haben wir gesammelt. Das machen wir jetzt. Ja, du wolltest ja noch ein Spiel, hast du gesagt. Ja, fast drei Stimmen im Gange. Ja. Ja. Da machen wir ganze Eichenfetter. Unbedingt Eichenholz. Unbedingt Eichenholz. Jetzt geht es ja schon wieder zur Neige. Hörst du das? Ja. Okay, dann wird er beruhigt. Ja. 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 Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es da noch machen. Jetzt sprechen wir mich. Ja. 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 Und wir können uns auch noch ein paar von denen, natürlich nicht. Das können wir auch gleich mal hinlegen. Dann werden wir bestimmt noch auf dem Weg zurück, dass wir HUSA machen müssen. Hier sonst nicht weiterkomme. Okay, hier gibt es schon mal so ein kleines Dach drauf. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. Der Werkstatt ist gleich mal gut abgedeckt. Das sieht so schon mal ganz gut aus. Es sind nur noch richtige Lampen hier hin. Fenster hier hin. Was hältst du immer vom Schlafen? Ich auch. Dann komme ich zurück galoppiert. Ja, das sieht so schon gar nicht mehr so verkehrt aus. Das muss eindeutig Licht rein. Und zwar eine Menge Licht. Oh. Alles klar. so dann komme ich jetzt mal zurück noch mehr schubläden bauen da muss ich mal ich brauche schon ein paar schubläden macht die eine ecke ist noch mal fertig okay nicht gut das hier mal zu dann muss es ja drinnen richtig hell werden sonst sieht ziemlich doof aus ganz viele schubläden bauen die baue ich aus schwarzeichen weil ich davon gerade ganz viele habe vorher ein bisschen werkenhals auch von nein kam nicht dazu ich bin auch nicht beim weiß schon bei diesem bauch die kann ich sehr schön das sind gold kies wie kriegt man die sachen daraus normal brennen normalen weg das sind thinker spieler auch gut so dann komme ich jetzt mal zurück lagenbisch material ein und dann sagen wir tschüssi kowski 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 So, jetzt komme ich wieder zurück. Der Weg ist zwar weit, aber ich komme zurück. Ich habe meine Nase. Das ist unfair. Was? Was willst du denn? Ohne Papa, ohne Mama. Hast du jetzt davon? Aber anität ist wieder da, okay. Grüß dich. So, damit packe ich mich voll. Dann schauen wir weiter. Wo ist das weit? Oh mein Gott. Hm. Da ist ein weiter Weg. So, ich bin fertig für uns. Ja, ist das schon. Hier die beiden Bäume hier vorne, hier vorne so stehen. Die beiden hier. Die kannst du alle mal wegholzen. Und aufpassen, dass sie sich wieder neu aussamen. Die Setzlinge wieder aufheben, ne? Ja, mach ich. Hm. Ich muss schnell mal was essen. Gut, da bin ich wieder. Ich komme. Und weiter geht's. So, mal gucken, wie du so weit fertig hast. Ja, guck mal oben da erstmal in der Idee. Mach ich. Mach, wenn das jede Menge dran ist. Die andere Truhe kannst du auch immer achten. Ah. Das sieht alles ganz gut aus. Damit schafft man die ganze Mecke. Die ganze Ecke beim nächsten Mal wieder. Guck mal die Truhe. Ich bin ja grad am umpacken. Kann ich gerade nicht. Ich muss ja grad noch ein bisschen ordnen. Ah, das reicht aber noch nicht, was ich da drinne... Ja. Hauptaugenmerk habe ich grad auf die Schmiede gelegt, dass die Schmiede soweit fertig wird. So. Wollt ihr euch noch gucken? Welche? Wie? Wie? Ui. Ja. Ich denke mir, das reicht erstmal. Am Material. Das reicht. Ich kann gar nicht so viel mitnehmen. Auch verrückt, weil ich so voll bin. Wollen wir große Fenster machen? Oder? Ich glaube, es geht auch. Drei mal ein Fenster, also drei in einer Reihe. Drei in einer Reihe kann man auch machen. Ja, dann denke ich mal, was ist das doch für heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Der passende Abschluss. Ja. Hier machen wir Plätzchen. So, ich sitze. Ich auch. Okay. Wir haben eines geschafft heute, dank Shuki. Ich wünsche, wir wären ein bisschen weitergekommen, aber gut. Hatte hingehauen. Aber wir sehen, was beim nächsten Mal passiert. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.